Was ich Ihnen jetzt noch mitgeben möchte, weil Sie haben ja auch sehr viel persönliche Meinung von mir gehört, ist, dass wenn Sie Beschwerden in der Region haben und gründlich untersucht sind und man stellt fest, es kommt nur von Hämorrhoiden und man bietet Ihnen eine Operation an und Sie sich der Sache nicht ganz sicher sind, dann holen Sie sich bitte eine zweite Meinung, vorzugsweise bei einem Chirurgen mit dem Fachgebiet Proktologie, der sich in der Region besonders gut auskennt.